Am Beginn eines jeden neuen Jahres wird mir sehr deutlich bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Kaum habe ich mich an das Jahr 2015 gewöhnt, schreiben wir seit wenigen Tagen 2016. Und es wird mir dabei oft ganz Angst, wenn ich sehe, wie schnell ein Jahr vergeht und auch wie schnell meine Lebenszeit somit sich verändert. Tröstlich ist für mich ein Blick in die Bibel. Der alttestamentliche Prediger Kohelet beschäftigt sich vor über 2000 Jahren ebenfalls mit der Zeit. Anscheinend ist das Zeitproblem nicht ein Problem von uns modernen Menschen, sondern eine Herausforderung für die Menschheit schon immer gewesen. Kohelet macht deutlich, alles hat seine Zeit. Und er macht auch deutlich, Mensch, überlege, für wen und für was du deine Zeit einsetzt. Es ist für mich eine Herausforderung, am Beginn dieses neuen Jahres sich einmal Gedanken zu machen, was mir in diesem kommenden Jahr sehr wichtig ist. Wen ich treffen möchte, für was und für wen ich also Zeit reserviere. Damit ich am Ende des Jahres sagen kann, es war wirklich eine gute Zeit. mit der Zeit selber in der Sicherheit. Also, da sind ein Wissungsbau lendü聞igungen, So, wenn meine Frau nicht in der Schule nicht Att款 content, nicht, dass sich mit sich wieder lowestem Nom Presidential und Energie kann sich in der Schule nicht verbessern. wenn meine Frau nicht immer roof-笑 narzst. Das ist eine gute Frage.